Hallo Freunde der Nacht und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Anhaul-Video. Ich habe mich mal wieder hingesetzt, ein bisschen aussortiert. Hier ist sogar tatsächlich noch ein dritter Stapel neben mir, den ich jetzt auch noch bearbeiten müsste, aber da komme ich irgendwann dazu. In diesem Video findet ihr vor allem Liebesromane, die ich aussortiert habe, historische Romane, Belletristik, aber auch einige Fantasy-Bücher sind wieder dabei. Es ist so eine Mischung aus allem Möglichen. Und ja, ich wünsche euch wie immer ganz viel Spaß beim Zuschauen. Wir fangen direkt an mit dem Stapel, der direkt vor mir steht, würde ich mal sagen. Und da ist ganz oben auf ein Liebesroman tatsächlich und zwar A New Chapter Band 1, My London Bookshop von Marnie Scafess. Oder Scafess, keine Ahnung. Ja, das ist ein Buch mit queeren Themen. Also ich weiß noch, dass es da glaube ich eine Liebe zwischen zwei Frauen gab oder so und sowas lese ich im Liebesbereich Roman auch gerne. Für mich geht es einfach nur ums Thema Liebe, egal welche Form von Liebe das jetzt hat. Aber ich fand diese Geschichte und es fällt mir vielmehr gerade auf, als ich das Buch zur Hand genommen hatte. Ich habe überhaupt keine richtige Erinnerung mehr an den Inhalt. Ich fand es total vergessenswert. Ich habe es definitiv zu Ende gelesen. Aber ich meine, ich habe sogar es vergessen, in dem Lesemonat zu erwähnen, indem ich es dann gelesen hatte. Also ich weiß nur noch, ich habe es dieses Jahr gelesen. Und es muss Frühling oder Sommer gewesen sein. Aber ich glaube nicht, dass ich das in dem Lesemonat jemals erwähnt hatte. Also von daher, es war sehr vergessenswert und das tut mir auch immer ein bisschen leid, weil ich halt auch ja gerne mich im Liebesromanbereich ein bisschen ausprobiere, über den Tellerrand schaue und halt auch nach besonderen Liebesroman Ausschau halte. Aber es ist halt jetzt nicht passiert und deswegen darf dieses Buch gehen. Also das war für mich dann noch mal die doppelte Bestätigung, dass ich es echt nicht im Bücherregal brauche. So und dann habe ich hier noch eine Deilogie als nächstes und zwar von einer meiner Lieblingsautorinnen tatsächlich. Aber mit dieser Deilogie hat es für mich leider etwas enttäuscht im Nachhinein. Und zwar Band 1 heißt Dear Enemy. Das Ganze ist geschrieben von Kristen Kellyanne. Und der reinen Abschluss dazu heißt Sweet Enemy. Und es sind auch sehr dicke Bücher, finde ich. Also die haben schon, glaube ich, 500 Seiten oder so. Ja, fast 500 Seiten jeweils. Und die waren unterhaltsam, ja. Die waren nett, die haben Spaß gemacht, aber die waren auch wieder, wie das erste Buch irgendwie, sehr vergessenswert. Und wenn ich was von der Autorin rereaden würde, wäre es immer die Idol-Reihe, weil die fand ich wirklich herausragend. Es gibt da auch einen schwächeren Band. Das ist der vierte, der sehr, sehr lange hat auf sich warten lassen. Oder ist es der fünfte? Ne, es war der vierte, genau. Aber die ersten drei waren tiptop und deswegen, ja, brauche ich die Bücher eigentlich nicht zu Hause haben. Es hat auch keine besondere Thematik. Es hat, glaube ich, in einem Band, ist es so ein bisschen so ein Cottage-Feeling, wo eine junge Frau irgendwie in so ein Cottage geht. Die ist, glaube ich, so ein Star und braucht irgendwie mal Ruhe fernab von Trubel und von Ruhm und Paparazzi und so. Und trifft dann auf einen Gärtner, der da irgendwie ist und der die Hausbesitzerin halt gut kennt. Und dann verlieben die sich halt. Da gibt es auch keine großen Konflikte. Deswegen war das, glaube ich, auch so ein bisschen lame tatsächlich. Und genau, die beiden, ja, das, ach Gott, ja, ja, ja. Das war eigentlich eine ganz nice Geschichte. Die waren Erzfeinde in der Highschool und hatten immer was füreinander übrig. Aber dann hat eher was mit ihrer Schwester angefangen, weil die sich halt irgendwie zuerst verliebt hatten. Und es ist aber in die Brüche gegangen. Die beiden haben nie wieder was voneinander gehört. Und jetzt im Nachhinein treffen die sich unter Umständen halt wieder und verlieben sich dann halt doch ineinander. Also so eine Second Chance Love Story. Aber ich fand's halt, wie gesagt, ich wäre jetzt nicht mehr draufgekommen, ohne auf den Klappentext zu gucken. Und deswegen denke ich auch, nee, irgendwie war das einfach nicht meine Geschichte. Naja. Dann haben wir hier etwas, von dem ich auch, glaube ich, werde es nie lesen. Ich hab's mal angelesen und fand's auch ganz sweet, ja. Aber that's it. Und deswegen, ja, keine Ahnung. Es ist halt auch noch ein historischer Roman. Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass ich dazu greifen werde. Denn vielleicht weiß es der ein oder andere noch nicht. Ich lese tatsächlich gar keine historischen Romane. Historische Liebesromane sind sehr, sehr spezifisch und sehr ausgewählt. Und vielleicht auch nur einmal in fünf Jahren oder so. Aber klassische historische Romane gehen bei mir gar nicht. Die langweilen mich zu Tode. Und zwar hab ich hier Julia von Anne Focher. So sieht das aus. Ich glaub, das ist auch mal total bekannt gewesen. War so ein Hype-Buch vor irgendwie 15 Jahren oder so. Und ich denke auch, deswegen hab ich's mir damals gekauft. Selbst damals, als ich noch kein Internet und alles Mögliche hatte, gab's halt doch irgendwie auch Influencer, ne. Vor allem auf der Buchmesse. Ja, und ich hab einfach gar keine Interesse mehr dran. Das ist halt eine Amerikanerin, die heißt Julia, gerät in den Strudel von Geheimnissen, die sie tief in ihre Vergangenheit führt, die noch bis heute reicht. Und es geht natürlich um die große Liebesgeschichte, die jedermann kennt, nämlich die von Romeo und Julia. Und vielleicht gibt's da auch irgendwie familiäre Bande oder so, dass es da so einen Hintergrund gibt. Aber I don't know, mich interessiert's einfach nicht. Deswegen darf's gehen. Genau, dann hab ich mal meine Cecilia A. Handbücher durchgeschaut und guck, was davon gehen kann. Weil ich da auch, glaub ich, nicht alle brauch. Und ja, dann hab ich gedacht, das kann eigentlich gehen. Das war für mich einer der schwächsten Bücher von ihr. Und zwar Für Immer Vielleicht. Da geht's um zwei junge Menschen, die sich seit ihrem fünften Lebensjahr, glaub ich, kennen und sich immer mochten und zueinander hingezogen gefühlt haben. Aber dann wird eines Tages, ähm, zieht, glaub ich, eher weg, oder? Ich meine, er zieht weg. Und die beiden verlieren sich halt aus den Augen. Ich glaub, sie wird sogar noch schwanger oder so von jemand anderem. Er heiratet auch jemanden, aber auch das geht in die Brüche. Und dann treffen die sich halt wieder und auch Second Chance im Grunde. Und obwohl ich eine große Friends-to-Lovers-Geschichte, äh, Fan, bin von diesem Streckmuster, äh, also diese Geschichten sehr mag, finde ich tatsächlich diese Second Chance-Sachen immer sehr langweilig. Und hab jetzt festgestellt, auch dieses Buch, das werde ich nie wieder lesen. Und deswegen kann das jetzt auch einfach gehen. Aber Cecilia Eyhorn ist grundsätzlich nicht schlecht. Ich hab die halt viel gelesen, als ich sehr jung war. Und, ähm, hab auch noch gute Erinnerungen an einige Geschichten. Teilweise sind auch fantastische Elemente in ihre Bücher verarbeitet. Genau. Und wir bleiben beim historischen. Und zwar bei einem ungelesenen Buch, das jetzt gehen darf. Von Lucinda Riley, einer Autorin, die jedermann kennen dürfte. Und hier hab ich aussortiert, das Orchideenhaus. So sieht das aus. Ich hab nämlich hier noch, nur teilweise gelesen, die Sieben-Schwestern-Reihe. Da hab ich bis Band 3, glaub ich, gelesen, vor Urzeiten. Und hab dann irgendwie aufgehört, keine Ahnung. Man kann halt auch wirklich die Bücher nicht unabhängig voneinander lesen, aber wenn einen jetzt alles andere drumherum nicht interessiert, theoretisch schon, weil die bauen zwar teilweise aufeinander auf, aber es geht halt immer um eine der Schwestern, die halt von so einem Typen, der Atlas heißt, adoptiert wurden. Und die finden quasi ihre Wurzeln oder auch ihre Liebe, bla bla bla. Und ich glaube, ich würde halt eher die Reihe nochmal rereaden und dann auch beenden, als jetzt noch zu irgendeinem anderen Einzelwand von ihr zugreifen. Dafür ist die Wahrscheinlichkeit eben auch, wie gesagt, zu gering, dass ich so oft zu historischen Liebesromanen oder Romanen generell greife. Auch hier ist natürlich wieder großes Familiengeheimnis. Auch hier haben wir eine große Villa und Sachen, die auf der Vergangenheit aufgedeckt wurden. Und auch wenn ich weiß, dass jedes Genre so seine Strickmuster hat und die sich immer wiederholen, also dass da kein Genre irgendwie besonders toll oder außen vor ist. Ich finde auch Klassiker wiederholen sich immer wieder, tatsächlich. Ja, es ist einfach nicht die Art von Buch, die ich gern mag. Aber das, ja, ich bin halt, wie gesagt, keine große Leserin von historischen Romanen. So, dann habe ich noch etwas, was vielleicht sogar schon unter Klassiker fällt. Keine Ahnung, auf jeden Fall im asiatischen Bereich könnte ich mir das vorstellen. Und zwar von Han Kang, die Vegetarierin. Ja, auch das werde ich aussortieren. Für mich war es eine total abartige, gestörte Geschichte, die sinnlos war, meiner Meinung nach, die nur Ekel oder Unverständnis hervorrufen wollte. Ich weiß, dass generell, ja, Autorinnen und Autoren aus dem asiatischen Bereich einen besonderen Schreibstil haben. Aber ich finde, da gibt es auch meiner Meinung nach Gute und Schlechte. Und Han Kang, die geht nicht an mich ran. Also überhaupt gar nicht. Ich bin mehr so der Murakami-Fan. Von dem habe ich einiges gelesen. Aber ansonsten, nee. Ich mag gern versteckte Messages. Aber ich mag nicht, wenn es zu abgedreht ist, sodass ich irgendwie denke, so, okay, wo zur Hölle bin ich jetzt hier gelandet und was soll das eigentlich alles und was will das Buch mir damit irgendwie sagen. Und ja, es ist halt, es geht im Prinzip um eine Frau, die Vegetarierin werden will und dann plötzlich total durchdreht. Das ist die Grundstory. Und dabei Unverständnis an allen Ecken und Enden hervorruft. Und wahrscheinlich soll es ein bisschen so ein Buch für Rebellion sein. Für mich war es aber einfach nur ein Buch einer psychisch sehr komischen Frau. Also, weiß ich nicht. Ich konnte nichts draus ziehen. Dann habe ich, ah, ich habe es doch ein bisschen genre-mäßig sortiert, merke ich gerade. Ich bin nämlich hier wieder bei einem historischen Buch jetzt gelandet. Und zwar habe ich einiges, ich glaube vier Bücher, ne? Ja, vier Bücher von Sarah Lark aussortiert. Die schreibt ganz viel im Bereich historische Romane in Neuseeland oder der Kontext Neuseelands. Und das sind eben auch die Ureinwohner von Neuseeland gemeint, also die Maori. Und da habe ich einmal im Schatten des Kauribaums. So sieht das aus. Ich glaube, das ist auch eine Fortsetzung. Ich meine schon. Aber sicher bin ich mir nicht. Teilweise hängen ihre Bücher zusammen. Teilweise kann man die auch unabhängig voneinander lesen. Aber dieses Buch fand ich damals richtig langweilig. Das weiß ich noch. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Ja, oh Gott. Und es geht auch dann um so einen Maori-Häuptling, der irgendwie seinen Sohn entführt. Und ich fand das alles ein bisschen, ja, teilweise auch sehr stark in die Vorurteilskiste gegriffen. Und gerade bei so sensiblen Themen wie Diskriminierung, ethnischer Minderheiten, würde ich halt auf solche Strickmuster nicht unbedingt zurückgreifen. Deswegen hatte ich damals auch, glaube ich, nicht so den Riesenspaß, als ich es gelesen hatte. Ich habe aber auch tatsächlich einige, oder was heißt einige, drei, glaube ich, Sarah-Lagg-Bücher behalten. Also es gab da auch gute. Dann sortiere ich auch aus, genau, das Gold der Maori. Da geht es um ein Pärchen, die nach Neuseeland gehen, glaube ich, oder so. Keine Ahnung. Und dann wird aber sie, ja, also sie wird dann neu verheiratet, nachdem er verbannt wird nach Australien, weil er angeblich ein Rebell sein soll. Keine Ahnung. Und dann finden die halt wieder zueinander. Blibblablub. Und ich mag dieses, die Frau wird verkauft und der Mann wird quasi weggeschleppt und so. Ich mag das einfach nicht. Ich kann euch auch jetzt nicht wirklich genau sagen, warum das so ist, aber mich stößt diese Art von Konstellation immer ab, wenn Frauen wie Vieh verscharrert werden. Ja, mir ist durchaus klar, dass es gewisse Bücher gibt, die ich mag und die genau in diesem Kontext spielen. Zum Beispiel die Richardons. Auch da schmeißt man ja quasi junge und verheiratete und auch tatsächlich teilweise ungebildete Frauen auf den Heiratsmarkt und will sie irgendwie an Männer verschachern, so mehr oder weniger. Aber irgendwie finde ich, diese tatsächliche Versklavung, ach nee, das ist nicht mein Thema. Also nicht in so einem Kontext. Ich mag es dann, wenn ein bisschen tiefsinniger und tatsächlich ohne Liebe über solche Themen zu lesen. Ja, ich hoffe, man hat es jetzt ein bisschen verstanden. Und auch hier, oh Gott, an dieses Buch kann ich mich überhaupt gar nicht mehr erinnern. Ja, genau. Auch in dem Buch ging es ein bisschen so um Verkaufen, Versklavung von Frauen, was weiß ich nicht. Und zwar die Insel der Tausend Quellen. So sieht das aus. Auch das wird rausfliegen. Genau, wir sind ja zwar in London, aber nach dem Tod ihrer ersten Liebe ist diese Protagonistin hier eine Vernunft-Ehe eingegangen mit einem verwitterten Zuckerrohr. Pflanze, der auf Jamaika wohnt. Und da gibt es natürlich Sklaven. Und dann wird eines nach Zieplantage überfallen und Nora gerät in die Wirren dieser Sklavenaufstände unter und verliert irgendwie alles bis auf ihr Leben und muss sich dann so ein bisschen durchkämpfen. Ja, jetzt kommt so ein bisschen die Erinnerung zurück, aber da fand ich auch dieses, ich weiß nicht, dieses Sie wird weggeschifft, an irgendeinen Sklavenhändler verkauft. Und dann ist ja dieser Sklavenaufstand und ich fand das alles sehr brutal und irgendwie unnötig. Und tatsächlich haben sich hier halt auch viele Messages, die in anderen, besseren Büchern waren, auch wiederholt. Also es geht schon immer bei Sarah Lark so ein bisschen um das Thema ethische Minderheiten, Versklabung, Unterdrückung, ja, auch mehr oder weniger Sexismus und ja, da gab es einfach bessere Rahmenbedingungen. Und jetzt das vierte und letzte Buch ist das Lied der Maori. Ja, da sind wir wieder in Neuseeland in dem Buch. So, fand ich aber auch irgendwie lame. Also das war tatsächlich das Buch, an das ich mich am wenigsten erinnern konnte und deswegen war ich mir dann auch sicher, okay, das darf gehen. So, und dann mache ich mal weiter mit, was habe ich hier noch mehr Historisches tatsächlich. Und zwar habe ich eine gesamte Trilogie aussortiert, die ein oder anderen jetzt vielleicht überraschen wird, denn es ist eine sehr bekannte, eine sehr geliebte Trilogie tatsächlich. Ich weiß gar nicht, wie die heißt. I don't know. Ja, habe ich die überhaupt jetzt richtig? Ich glaube schon. Ich weiß auch nicht, welche Reihenfolge davon die richtig ist. Aber ich habe mich ein bisschen durchgequält. Ich fand es schon ganz gut, aber es war mir einfach auch viel zu historisch und tausend Daten werden da aufgezählt und alles ist irgendwie so lame erzählt. Wie gesagt, ich bin halt kein Fan von diesen Geschichten oder nicht mehr zumindest. Früher habe ich schon ein bisschen davon gelesen. Und zwar von Ken Follett, Sturz der Titanen, heißt ein Buch davon. Dann habe ich Winter der Welt. Keine Ahnung, welches Buch das davon ist. Ich glaube, es ist der erste. Ich glaube, das ist der erste Winter der Welt. Und Kinder der Freiheit ist meine ich der dritte. Ich glaube. Keine Ahnung. Aber diese Bücher dürfen gehen. Ich habe absolut kein Interesse daran, diese fetten Schinken nochmal zu lesen. Und ich muss halt wirklich sagen, es war mir einfach viel zu viel Familiendrama und zwar über tausende Seiten hinweg. Nicht mein Ding. Aufwolli, sorry. So. Und dann sortiere ich mich mal hier ein bisschen und zeige euch jetzt mal ein paar Fantasy-Bücher, die rausfliegen. Und zwar von Alex Flynn habe ich hier zwei Bücher. Eins ungelesen, eins gelesen. Ne. Ne, beide habe ich doch gelesen, oder? Ja, tatsächlich, beide habe ich gelesen. Aber offensichtlich konnte ich mich gerade an das eine Buch gar nicht mehr erinnern. Von daher auch wieder ein schlechtes Zeichen. Und zwar Biestliebe rausfliegen. Das ist eine Neuerzählung von Die Schöne und das Biest. Genau. Und dann haben wir Kist von ihr. Das ist eine gute Frage. Ist das eine Neuerzählung von Dornröschen, glaube ich? Ich glaube, es ist eine Dornröschen-Geschichte. Aber sicher bin ich mir auch gerade nicht mehr. Na ja. Also, wie gesagt. Es waren nette Jugendbücher. Vor allem Biestlie habe ich vor einiger Zeit gelesen. Also vor längerer Zeit. Aber ja, ich brauche diese Bücher einfach nicht da. Ich werde nie wieder zugreifen. Die sind mir einfach zu jung geworden. Ich bin jetzt ein bisschen entwachsen. So, dann haben wir hier auch noch eine komplette Reihe. Ich werde die jetzt mal so direkt in die Kamera halten. Ich hoffe, man sieht's. Oh Gott, ist das überhaupt alles hier richtig rum? I don't know. Also, ich habe von Philipp Heitz die komplette, oder die zwei kompletten eigentlich, Dors Trilogien aussortiert. Die sehen so aus. Also insgesamt sechs Bücher. Das ist so ein bisschen teilweise interaktiv gemacht und teilweise auch nicht. Es sind so Mitdenk-Thriller. Ja, der eine heißt Wächter. Dann, ich möchte mal Platz schaffen. Dann haben wir, naja, das ist jetzt die andere Trilogie. Moment. Moment. Ich muss mich sortieren. So, dann haben wir Vorsehungen. Also die gehören jetzt zusammen. Und Energia, genau. Auch das fand ich echt schön zum Lesen. Aber wenn man den Twist halt kennt, und das ist für mich auch ein bisschen das Problem bei Thrillern, dann liest man halt das nicht nochmal. Weil jetzt kenne ich den Twist. Ja, jetzt werde ich ja nicht mehr überrascht. Da muss mich schon ein Buch, ich sag mal, vom Metaplot her überzeugen bei längeren Reihen. Das ist manchmal bei Thrillern der Fall. Damit ich halt dranbleibe und sage, okay, ich möchte da auch wirklich weiterlesen. So, die zweite Trilogie heißt einfach X. Also Dors X. Dann haben wir, ja, keine Ahnung, Ausrufezeichen? I don't know. Und noch Fragezeichen. Also das ist mehr oder weniger das, was diese Bücher einfach auch unterscheidet. Und das geht halt schon auch darum, dass man, ja, ich werde jetzt nicht den ganzen Plot im Prinzip wieder aufwirbeln. Es ist cool gewesen, es war spannungsgeladen, es war interessant, es war zum Mitdenken, aber es ist halt, es ist halt der tropstes Gelutsch, würde ich mal behaupten. Also ich brauche es einfach nicht nochmal. Gut. Sehr eloquent bin ich heute. Ich merke es. Okay. Weiter machen wir mit einem Buch, das ich abgebrochen habe und zwar auch vor nicht allzu langer Zeit. Und zwar die Schwestern Grimm von Männer van Braag. Hat super gut angefangen. Die Idee war toll. Man hat aus sehr vielen unterschiedlichen Perspektiven gelesen. Was mich hier ganz, ganz hart abgestoßen und gelangweilt hat und auch genervt hat, war der Schreibstil. Denn es gibt hier unfassbar kurze Abschnitte. Also wirklich teilweise hat man drei verschiedene Perspektiven auf einer einzigen Seite, die immer wieder aufgemacht werden. Also diese Sprünge zwischen den Personen ist so schnell, dass man eigentlich gar nicht richtig in eine Person eintauchen kann. Und es sorgt eben auch dafür, dass man sehr viele unnötige Zwischeninformationen kommt, die das Buch einfach nur dick machen im Grunde und ausfüllen. Also dafür war es mir einfach zu wenig. Ich glaube, hätte man alle Sichten einfach ein bisschen enger, komprimierter zusammengepackt, hätte ich auch auf jeden Fall zu Ende gelesen und hätte diesem ganzen, der ganzen Sache vielleicht auch noch mehr eine Chance gegeben. Aber so war es für mich eine absolute Katastrophe. Es hat mich super gelangweilt und ich habe es tatsächlich sogar damals in Buddy Read gelesen und meiner Buddy Read Partnerin ging es genauso. Also die konnte mich dann quasi nicht motivieren, jetzt nochmal weiterzulesen. Deswegen ist darf rausfliegen. Ich habe einfach gar keine gute Leseerinnerung da dran. Dann habe ich noch etwas, was ich im vergangenen Monat gelesen habe und wie angekündigt wird, das jetzt aussortiert. Und zwar Ice in the Barbarians, Band 1, Georgie und Vectal von Ruby Dixon. Ich fand es trashig, ich fand es trotzdem unterhaltsam, ich fand es zu erotisch aufgeladen und gleichzeitig doch irgendwie so spannend, dass ich den zweiten Teil lesen wollte. Aber den habe ich mir dann als E-Book geholt und deswegen ist für mich diese ganze Geschichte mit den Barbarians jetzt abgeschlossen. Ich habe irgendwie keinen Bedarf mehr, da weiterzulesen. Es war einfach mal so netter Trash für zwischendurch, aber leider auch nicht. Von daher keine komplette Empfehlung. Also ich habe ja auch, wie gesagt, zweiten Band zumindest gelesen. Und dann habe ich hier noch eine weitere Ideologie, die in einem größeren Universum spielt, das, glaube ich, mehrere Reihen beinhaltet. Ich habe allerdings nur diese Reihe jetzt gelesen. Und zwar die One True Queen von Jennifer Benkau. Band 1 heißt Von Sternen gekrönt und hier geht es um das Land Sky und eine bisher unbekannte, zukünftige Königin, die unsere Protagonistin ist und in dieses Land kommt und sich dort erstmal zurechtfinden muss, auch ein bisschen ihre Liebe findet, dann Krieg verhindern muss und so weiter und so fort. Also es war so eine klassische Geschichte zwischen eine junge Frau kommt in eine High-Fantasy-Welt und besteht dort einfach ganz viele Abenteuer. Also es ist nicht das Neuesten vom Neuesten, aber ich fand es trotzdem sehr unterhaltsam damals und habe es auch echt gern gelesen. Aber ich werde es halt nicht nochmal lesen. Ja, Lea Sky. Ja, Lea Sky heißt dieses Land, genau. Nicht Sky, Lea Sky. Und auch beim 2 darf dementsprechend ausziehen und zwar aus Schatten geschmiedet. So sieht der zweite Band aus. Ich finde die halt auch nicht wahnsinnig schön. Der erste Band ist schön nah, aber der zweite ist überhaupt nicht mein Ding. Deswegen dürfen die jetzt auch gehen. Und ich weiß allerdings, dass es da halt wie gesagt noch mehr Reihen gibt. An denen habe ich grundsätzlich Interesse, aber die würde ich mir, glaube ich, eher von Freunden ausleihen, aus der Bücherei ausleihen oder wo auch immer. Vielleicht sogar als E-Book lesen. Aber ich möchte die halt nicht im Schrank haben, weil so toll war das Universum dann für mich leider nicht. Ja. So, und dann kommen wir jetzt quasi zur letzten Kategorie. Und zwar, oh Gott, ich muss mich hier mal ein bisschen umsetzen. Ich hocke ja immer hier auf dem Boden und da ist manchmal ein bisschen unbequem. So, und dann kommen wir zur letzten Kategorie und das sind die Liebesromane. Da habe ich auch ein bisschen was aussortiert. Nicht extrem viel, aber schon ein bisschen was. Und zwar, mal abgesehen von Enemy, die habt ihr ja schon gesehen, die Reihe jetzt am Anfang, habe ich noch hier Rebel Soul und Rebel Heart von Wikiland und Penelope Ward in Kooperation geschrieben. Von denen habe ich ja schon einige Sachen gelesen. Weniger davon sind tatsächlich Highlights geworden, aber ein paar schon. Und diese Bücher habe ich zwar gelesen, ich zeige euch nochmal den zweiten, Rebel Heart. So sieht der aus. Aber ich werde es halt auch nicht nochmal lesen. Es war so eine nette Unterhaltung von zwischendurch. Und ich mochte tatsächlich das Ende Ende dann nicht so wahnsinnig gerne. Es war okay, aber es war nicht überwältigend gut. Und es kommt halt auch was drin vor, was ich nicht ganz so mag. Ja, ich will es jetzt nicht erzählen, weil es ist halt ein Spoiler. Aber das ist eine Wendung in der Geschichte, die mir so ein bisschen bitter aufstößt. Und deswegen darf das Buch oder diese Reihe jetzt auch gehen. So, dann haben wir noch eine komplette Trilogie, die ich letztes Jahr gelesen habe und tatsächlich auch sehr mochte. Aber die einfach auch viel zu kurzweilig war und die dementsprechend mir wieder, wie die meisten Bücher hier im Liebes-Roman-Bereich, die ich vorgestellt habe, gute Unterhaltung beschert hat. Aber mehr leider auch nicht. Und zwar die, ich glaube, die heißt die Silver Crown-Reihe oder so. Oh Gott, man sieht das, glaube ich, gar nicht, ne? Silver Crown. Ich zeige euch mal die Cover. Das ist der erste Band, denke ich. Dann haben wir Golden Throne. Ist, glaube ich, ist das der zweite? Ich glaube, ich glaube, Golden Throne ist der zweite. I don't know. Und dann haben wir noch Diamond Empire. Ich denke, das ist der dritte. Würde zumindest von den Titelherrsinn machen. Und da geht es halt um so eine royale Geschichte. Eine junge Frau, die plötzlich Kronprinzessin wird, weil sie nicht wusste, dass sie ein Bastard-Kind ist. Und das Wort Bastard sei jetzt an dieser Stelle mal nicht abwertend gemeint. Das ist halt so beschrieben in der Geschichte. Also sie ist ein uneheliches Kind. Und sie ist aber die Einzige, die jetzt noch Anspruch auf den Thron hat von einem kleinen Königreich. Und dann kommt sie quasi in dieses Schloss da und trifft dann auch auf ihre Stiefgeschwister, weil ihr Vater neu geheiratet hat. Sie verliebt sich dann auch in ihren Stiefbruder und muss halt irgendwie sich jetzt mal durchschlagen in diesem royalen Primborium, nenne ich es mal. Und ja, ich fand es ganz sweet und ich habe, glaube ich, auch durchgehalten, weil die Vater-Tochter-Geschichte hier super gut aufgemacht wird. Also diese leichte und langsame Annäherung zwischen dem verlorenen Vater, der sich nie wirklich um seine Tochter gekümmert hat und diese langsame Zuneigung, die dann zwischen den beiden entsteht, die fand ich wirklich gut gemacht. Es gab auch wirklich ein paar sehr tiefsinnige und schöne Gespräche zwischen den beiden und ich habe eigentlich immer wieder darauf hingefiebert, dass es mal wieder ein bisschen mehr Content zu dieser Thematik gibt. Es ist aber auch klassischerweise eben ein Liebesroman und ja, der Liebesaspekt, der war okay, aber der konnte mich jetzt nicht vom Hocker reißen, der war einfach nur in Ordnung. Deswegen habe ich gedacht, ja, ich behalte es in guter Erinnerung, aber ich muss es definitiv nicht im Regal stehen haben. Dafür war es nicht so krass überzeugend. Und dann habe ich noch eine teils abgebrochene und teils nicht gelesene Delogie und zwar von Kim Nina Ocker. Da habe ich den ersten Band, dieser Everything Delogie, nenne ich sie jetzt mal, und zwar Everything I Didn't Say. Das habe ich auch angefangen zu lesen und dann habe ich noch einen zweiten Band, den habe ich nicht gelesen, Everything I Ever Needed. Ich glaube, ich habe mir die sogar mal gebraucht gekauft, um es mal auszuprobieren, ob mir die Autorin liegt. Ich fand aber es sehr zäh, sehr langweilig. Es hatte eine gute Grundprämisse, weil es um eine junge Frau geht, die unbedingt mal an einem Set arbeiten möchte, von einem Filmregisseur quasi, also von so Filmproduktionen, und dann sich in einen Schauspieler verliebt, aber es natürlich verboten ist, dass die beiden irgendwie zueinander kommen, bla bla bla. Die haben am Anfang deswegen einfach nur eine ganz normale, süße, schöne Freundschaft, bis halt irgendwann vielleicht auch mehr draus werden kann. Aber lange Zeit sind sie befreundet, was ich an dem Buch tatsächlich mochte. Allerdings bestreibt halt die Autorin jedes kleine Furzdetail, das einfach nicht interessiert und die Geschichte nicht vorantreibt. Das heißt, ich war einfach unfassbar schnell gelangweilt und wollte nicht mehr dazu greifen und deswegen habe ich es dann abgebrochen. Ich glaube, ich habe auch nur 50 Seiten oder so gelesen und bei 50 Seiten stelle ich es auch nicht mal am Lesemonat vor, weil wozu? So einen guten Eindruck hatte ich dann ja auch nicht und deswegen werde ich es jetzt rausschmeißen, weil ich habe immer gedacht, ja, ich greife nochmal dazu, ich greife nochmal dazu, aber ich habe es halt nie getan. Und vielleicht liegt es daran, dass es auch die erste Geschichte aus ihrer Feder war, zumindest glaube ich, dass es die erste Geschichte ist. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wenn es da noch mehr Bücher gibt, also ältere vor allem. Vielleicht sind die ja eher was von mich, aber damit konnte sie mich leider nicht überzeugen. Ja, und dann machen wir weiter mit zwei Bänden, die eigentlich mitten in einer Reihe oder aus mitten in einer Reihe sind. Und zwar von Mona Karsten. Da habe ich hier Hope Again aus dieser Again-Reihe eben. Und ich habe viele Gen. Und diese beiden, ich halte mal eins hoch, ist ja egal welches, und diese beiden Bücher sind ja eigentlich eine meiner, oder meine Liebsten mehr oder weniger. Das eine ist ein bisschen weniger mein Lieberes, das mochte ich hier sehr, weil es hier so ein bisschen um diesen Schraub geht, dass der Nerd verliebt sich in das beliebte Highschool-Cheerleader-Girl und so. Und das fand ich ganz sweet, aber die Geschichte ist mir einfach zu jung. Ich habe auch gemerkt, dass es wieder so eine Reihe ist, aus der ich irgendwie rausgewachsen bin. Und ich will mir auch die anderen Bände nicht kaufen. Ich habe die damals ausgeliehen von Freunden, deswegen habe ich auch nur die beiden halt da. Und ich brauche die nicht daheim. Ich habe trotzdem noch Interesse an Mona Karsten. Ich finde die auch immer noch toll. Ich bin ja auch immer noch ein großer Fan ihrer anderen Reihe. Diese Save Me, Save You, Save Us-Reihe. Ich mag die wirklich sehr, auch wenn die viele zerreißen. Aber ich würde die tatsächlich auch höher bewerten oder besser bewerten als diese Einzelwände hier in dieser Companion-Reihe. Deswegen habe ich mich entschieden, die rauszuschmeißen. Und ich wollte eh nochmal die neue Reihe von ihr ausprobieren. Die heißt ja Lonely Heart und Fragile Heart oder sowas. Keine Ahnung, ihr werdet sie bestimmt kennen. Es ist auch ein relativ gehyptes Buch. Aber ich wollte mal die ersten Meinungen dazu abwarten, bevor ich es mir gegebenenfalls kaufe. Und jetzt habe ich mich entschieden. Aber wie auch immer, ich brauche halt Platz im Regal. Deswegen sind die beiden dann einfach rausgewandert. Okay. Und dann habe ich hier noch eine weitere... Ich weiß gar nicht, ob es eine Dialogie ist oder ob es mehr Teile dazu gibt. Ich glaube, es gibt mehr Teile. Aber ich habe nicht mehr gelesen und habe tatsächlich auch kein Interesse mehr, da noch weiterzulesen. Obwohl es mir gut in Erinnerung geblieben ist. Und zwar Flaming Clouds, der Himmel in deinen Farben von Gabriela Santos de Lima. Die war auch, glaube ich, mal eine YouTuberin. Vor relativ langer Zeit wahrscheinlich. Aber ich weiß noch, dass ich damals auch... Dass ich der gefolgt bin irgendwie. Und die hat ein Buch geschrieben über... In dem ersten Band zumindest eine Flugzeugbegleiterin. Moment, wie nennt man das nochmal? Stewardess, genau. Also eine Stewardess. Und die verliebt sich in einen Piloten. Und beides sind aber nicht nur Pilot und Stewardess, wie man es jetzt so klischeehafterweise kennen würde, sondern sie ist auch Mathematiker und er ist Musiker. Und beide versuchen, nicht nur ihre verschiedenen Seiten in Einklang zu bringen, sondern eben auch einen Weg zu finden, sich ein Leben zusammen aufzubauen, was gar nicht so einfach ist. Und ich fand diesen ersten Band herausragend toll. Ich fand den wirklich cool. Die hat einen sehr individuellen Schreibstil, die Gabriela. Und den mochte ich auch sehr. Aber es sah mir dann halt manchmal doch ein bisschen zu unspektakulär vom Plot her. Also das, was mir in Erinnerung geblieben ist, war eben die Art und Weise, wie sie schreibt. Aber die Geschichte an sich war halt halt doch wieder 0815. Und deswegen habe ich gedacht, ja, ich behalte es in guter Erinnerung. Aber wie gesagt, auch das muss in meinem Schrank stehen. Und was ja auch völlig okay ist. Und im zweiten Band geht es dann um ihre Mitbewohnerin und beste Freundin. Und oh ja, ich glaube, es gibt noch einen dritten Band. Da geht es dann um ihre andere Mitbewohnerin und ihre andere beste Freundin. Und auch die bekommen halt sozusagen ihr habt lieber After. Mit dem zweiten Band hat sie mich ein bisschen enttäuscht, weil ich fand den wirklich wesentlich schwächer als den ersten. Und deswegen habe ich gedacht, keine Ahnung, ob ich den dritten überhaupt noch lesen soll. Genau so war das. Jetzt kommt die Erinnerung wieder. Und habe es dann einfach gelassen. Also vielleicht werde ich irgendwann nochmal weiterlesen. Aber ich werde es mir definitiv nicht mehr kaufen, weil dafür hat einfach auch die Qualität in Band 2 ein bisschen zu stark abgenommen. So. Und last but not least habe ich hier noch ein Buch, das seit 100 Jahren bei mir ist. Und das ich seit 100 Jahren hier rumstehen habe. Und das ich aber, glaube ich, nur zweimal in meinem Leben reingeschaut habe. Es ist ein Bildband. Und zwar über eines der, finde ich, interessantesten Tiere oder Tiergattungen der Welt. Und zwar Vögel. Es ist eine Enzyklopädie der Tierwelt oder der Vögel halt in der Fall. Und ich habe es vor 100 Jahren mal gekauft. Das war auch einer meiner ersten Bücher, die ich mir selber gekauft habe. Also so Special-Bücher, sage ich mal. Und ich liebe dieses Buch immer noch. Aber ich werde halt einfach nicht mehr reingucken. Es war für mich immer nur noch so ein Nostalgie-Relikt. Und aus den Anfängen meiner Lesezeit, ja, oder das heißt Anfängen, ich war da, glaube ich, auch schon zwölf, da habe ich auch schon sechs Jahre gelesen. Also von daher, hm. Aber ich brauche es nicht da haben. Ich gucke halt auch nicht mehr rein heutzutage. Ich gucke es nur an und freue mich. Aber ja, dieses Gefühl habe ich bei vielen Büchern. Und deswegen darf das jetzt auch mal guten Gewissens gehen. Ich bin auch keine, keine Ahnung, Vogelexpertin oder irgendwie total bewandert und begeistert für dieses Thema. Ich mag Vögel. Ich gucke sie gerne an. Ich eigne mir auch manchmal gerne in Dokus Wissen darüber an. Aber ich würde jetzt nicht nochmal eine Enzyklopädie oder so lesen. Das ist jetzt sehr, sehr unwahrscheinlich. Genau, auch deswegen darf dieses Buch gehen. So, wir sind am Ende angelangt. Und ja, ich hoffe, ihr habt Spaß beim Zuschauen. Schreibt mir wie immer gerne in die Kommentare, ob ihr in letzter Zeit aussortiert habt. Und wenn ja, was? Und vielleicht auch warum? Finde ich auch immer ganz interessant. Ja, bei mir sind es tatsächlich ja nicht immer schlechte Bücher an sich, sondern einfach Bücher, die ich nicht nochmal lesen werde, aber die mir durchaus Lesefreude bereitet haben. Ja, und ansonsten dürft ihr mir auch an dieser Stelle gerne mal wieder schreiben, ob ihr ein, zwei, drei oder alle Bücher gerne haben wollt. Ich werde die diesmal nicht bei Rebuy oder Medimops oder so verkaufen, sondern tatsächlich diesmal meinen Zuschauern zu Gemüte führen. Es wird natürlich ein bisschen dauern, hier dann alles auszudrucken, Labels zu machen und Kartons zu sammeln, damit ich das alles verschicken kann, wenn Interesse überhaupt besteht. Aber ich biete es euch dieses Mal an, weil ich dachte, hey, komm, ich habe es lange nicht mehr gemacht. Ich habe immer lange gesagt, ja, ich verkaufe es einfach mal so irgendwie oder stelle es ins Tauschregal. Aber ja, wenn Interesse besteht, schreibt mir einfach gerne. Da denke ich vor allem an dich, Anne. Du bist ja auch schon langjährige Abonnentin von mir, hast mir das letzte Mal geschrieben, ob nicht vielleicht ein oder zwei oder drei Bücher noch da wären, die ich dir abtreten würde. Da habe ich dich schon vertröstet. Deswegen wollte ich an der Stelle auf jeden Fall nochmal ganz deutlich werden und sagen, hey, ich halte erst mal alles zurück. Du hast gerade das Privileg, weil du wirklich echt oft geschrieben hast, dir auszusuchen, was du gerne haben möchtest. Kannst mir einfach gerne schreiben oder ihr alle könnt mir gerne schreiben, wie immer an dragon-stories-at-gmx.de. So, und ansonsten bleibt mir wie immer nur noch zu sagen, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, macht's gut und tschüss. Bis zum nächsten Mal.